Heute wird es tatsächlich noch einmal extrem sportlich. Immer wenn wir solche Schaubilder vor uns haben, dann gruselt es ein wenig. Es geht heute um die sogenannte 10er-Diode, auch genannt Z-Diode, benannt nach einem Physiker im Übrigen. Und zwar hieß der Mann 10er und wird ohne h geschrieben. Die 10er-Diode, wie wir sie heute kennenlernen, ist eine Diode, die in Sperrrichtung betrieben wird. Das heißt, wir wollen, dass diese Diode ab einer bestimmten Spannung leitend wird. Man sieht hier unten das Schaubild. Hier wird die Spannungsversorgung positives Potenzial, hier negatives Potenzial. Und zunächst sperrt diese Diode den Stromfluss. Und ab einer bestimmten Spannung, 10, 12, 6 und so weiter, je nach verbauter Diode, wird diese Diode plötzlich leitend und es fließt ein Strom. Wir müssen nur höllig aufpassen, dass dieser Strom nicht zu groß wird. Wenn wir uns beispielsweise diese V7 hier einmal anschauen, ist der maximal zulässige Strom etwa 140 mA. Das heißt, darauf muss man dann entsprechend achten. Also zusammengefasst, es gibt verschiedene 10er-Dioden, die ab einer bestimmten Spannung plötzlich einen Stromfluss zulassen. So, was kann man nun mit so einer 10er-Diode machen? Wir schauen uns das mal in dieser Schaltung an. Und jetzt müssen wir tatsächlich ein wenig auf altbewährtes Wissen zurückgreifen. Und zwar haben wir hier unten eine Parallelschaltung, und zwar von einer 10er-Diode und einem Bauteil, hier mit dem Widerstand RL gekennzeichnet. Das soll unsere Temperaturanzeige sein. Nun ist es so, dass eine Temperaturanzeige unbedingt eine konstante Spannung benötigt, weil man ja möchte, dass die angezeigte Temperatur nicht abhängig ist von der angelegten Spannung, sondern nur von der Temperatur. Das ist der klassische Anwendungsfall einer solchen 10er-Diode. So, und jetzt wird dem einen oder anderen schon ein Licht aufgehen. Ich habe diese beiden Bauteile parallel geschaltet, und wer sich auskennt, der weiß, in der Parallelschaltung von Widerständen, da gilt, dass die Spannung überall gleich groß ist. Das heißt, der Spannungsabfall über der 10er-Diode, wenn ich beispielsweise eine V7 eingebaut habe, wird 10 Volt betragen. Und entsprechend ist meine Spannung am Bauteil ebenfalls 10 Volt groß. Das heißt, die 10er-Diode definiert im Grunde genommen meine höchst zulässige Spannung an der Temperaturanzeige. Wenn ich jetzt beispielsweise bei dieser V7 bleibe, dann beträgt eben diese Spannung, die jetzt konstant ist, 10 Volt. Ab einer Spannung von 10 Volt wird diese Diode leitend, und es fließt ein Strom parallel zu diesem Bauteil. Spielen wir mal erst einen anderen Fall durch. Nehmen wir beispielsweise mal eine Spannung von 9 Volt, das heißt eine Unterspannung. Nun, in dem Fall wird diese Diode nicht leitend, das heißt, unsere gemischte Schaltung wird zu einer reinen Reihenschaltung, nämlich von RV und unserem Bauteil. Und unser Bauteil wird dann keine korrekte Temperatur messen, weil wir eine zu niedrige Spannung haben. Die Spannungsversorgung ist nicht gewährleistet und unser Bauteil wird nichts Vernünftiges ausgeben. Dadurch, dass ich hier genau weiß, dass dieses Bauteil mit 10 Volt betrieben wird, kann ich auch angeben, mit welchem Strom dieses Bauteil aufnimmt. In dem Fall ist das hier, dieses Bauteil nimmt bei einer Spannung von 10 Volt 10 Milliampere auf. So, schauen wir uns jetzt einmal an, was passiert, wenn ich eine Überspannung habe. Eine Überspannung würde bedeuten, wir haben 15 Volt beispielsweise, also unsere Spannungsversorgung wäre jetzt mal auf 15 Volt. Dann ist klar, wir haben hier 10 Volt. Wenn ich das als, dann werden da auch 10 Volt abfallen und dann ist ja der in Reihe geschaltete Vorwiderstand, an dem müssen ja dann 5 Volt abfallen. So, wenn ich aber 5 Volt hier abfallen lasse und ich weiß, diesen Vorwiderstand von 50 Ohm in dem Fall, dann kann ich mir den Strom ausrechnen, der durch diesen Vorwiderstand fließt, in dem Fall 100 Milliampere. Diese 100 Milliampere werden sich jetzt hier an der Stelle entsprechend der Gesetzmäßigkeit bei der Parallelschaltung von Widerständen aufteilen. Den Strom IL kennen wir. 10 Milliampere. Der ist uns praktisch gegeben vom Bauteil. Der Strom, der dann noch über die Diode fließt, muss sich natürlich ergeben, indem ich den Gesamtstrom, IV nehme, davon die 10 Milliampere abziehe und dann komme ich auf 90 Milliampere und die gehen dann entsprechend, wenn die 10er Diode leitend geworden ist, diesen Weg über die 10er Diode. Gut, ich fasse nochmal so ein paar wichtige Dinge zusammen. Also erstens, 10er Dioden werden in Sperrrichtung betrieben. Zweitens, 10er Dioden haben eine Durchschlagspannung. Drittens, wir müssen aufpassen, dass 10er Dioden nicht zu hoch belastet werden. Das kann man aus einem entsprechenden Diagramm zur 10er Diode entnehmen. Bei unserer V7 beispielsweise, 120 Milliampere. Entsprechend ist übrigens hier der Vorwiderstand zu wählen, in dem Fall 50 Ohm. Man könnte hier im Übrigen auch 40 Ohm wählen. Ihr könnt das ja mal durchrechnen, wenn ich hier 40 Ohm einsetze. Und viertens, Anwendungsgebiet. 10er Dioden werden gerne als Spannungskonstanthalter in elektronischen Schaltungen verbaut. Amлу. Amhi. Amand. Ambut. Am Saudis. Ammann ist für funk.